recht herzlich willkommen zur 258 folge von city skylines ja wir haben prinzipiell keine aufgaben mehr denn die liste ist prinzipiell abgearbeitet oder ich weiß jetzt gar nicht wir müssen mal gucken das mit den brücken jetzt ist natürlich doof das hier zu sehen kriegen wir das so besser ja so kriegen wir das besser also wir müssen gucken wir haben bestimmt noch mehr fußgänger brücken können wir noch bauen wir sind also nicht ganz fertig hier ist schon mal eine rüber da ist unser land zu ende das passt ja dann dann müsste man hier noch eine rüber haben vielleicht aber hier schwierig warte mal da geht die straße drunter her dann könnte man die brücke drüber her machen dieses haus wäre jetzt nicht so spielentscheidend dann lass uns doch mal ansetzen da sind die wege da ist der weg und da kommen wir nicht durch da sieht es auch gerade mal hier was hier ist das doch ganz cool dann machen wir die straße gerade noch ein handschlag länger das sind das für eine mit bäumen links und rechts also so eine zack passt schon dann wieder zu unserem fußweg oder wie auch immer ist und der geht dann hier lang wo müssen wir denn da das bedeutet wir gehen mal bis hier würde ich sagen und da geht die reise nach oben wohl der sprang gerade im blauen dann machen wir das doch so oder und dann geht es auch wieder runter nach da cool oder und hier finden wir das ganze dann nach da an gesprungen jetzt möchte ich gerne wissen sieht man da natürlich ganz schlecht glaube das ist dann da zwar angeschlossen aber da kann keiner hingehen stoppte war etwas blau sagt das haus kommt da weg und alles ist gut wie sieht es aus da läuft auch schon der erste lang hammer oder der geht auch über die brücke finde ich noch besser die ist auch wunder hübsch geworden diese brücke mal der läuft jetzt wirklich da lang kriege ich denn jetzt auch ohne es wird gerade tag da geht nach hause wo sind das da ok natürlich krass dass er jetzt diesen weg nach hause geht naja läuft ne ach guck mal und naja das machen wir mal jetzt vorbei ne und jetzt wenn wir hier machen wir wieder das blaue jahre ist ja viel besser ne also die übersicht ist ja alle kummer wie viele leute hier die krass oder da wäre jetzt schön gewesen wenn die ne auch sag schon ne na äh ja ein bus genommen hätten ne ok hier können wir auch rüber so hier ist nix und hier ist schwierig aber hier wäre es vielleicht auch noch ganz ne obwohl hier ist ja nur das ne da brauchen wir gar nicht so immer das ist ja blödsinn so hier wäre dann noch interessant von dem Wohngebiet zu dem Wohngebiet hier geht schon mal was und hier nebenher und dann hier rüber wird dann schwierig wegen der gleise geht das da muss man checken oder einmal hoch bitte einmal gerade würde bis dahin zwar funktionieren aber geht dann doch nicht okay geht irgendwas nein geht gar nix da brauchen wir gar nicht da versuchen geht nicht nächste stelle ist diese schnappt da auch nicht ein geht also auch nicht was haben wir jetzt angemacht ich habe irgendwas gedrückt da rechts gerade wahrscheinlich bin ich nur zu tief gegangen alles klar deswegen ist weiß geworden ja da ist natürlich schwierig jetzt rüber zu kommen ne hoch dreh mal ne funktioniert nicht ach jetzt habe ich den Bagger angemacht den wollte ich schon mal gar nicht haben den Bagger wieder aus bitte ja da ist der Bagger aus so jetzt nochmal auf ein neues runter geht nicht also hier wird zu schwierig sein darüber was wir natürlich versuchen könnten wäre ja müssen wir mal checken ne wieder hoch fußweg dahin fußweg da rüber und gucken dass wir darüber ganz rüber kommen aber so wie wir schon sehen geht das da gar nicht müssen wir mal gucken dass das irgendwie anders klappt geht es da da wird es gehen jetzt mache ich den da ach so ok dann jetzt ist es weg ne jetzt machen wir das auch anders jetzt machen wir das hier auch weg und jetzt machen wir das hier das war den weg dann da runter anpacken diese kurve nehmen und dann nach oben und mag er nicht geht es davor nein davor ist zu steil das ist ja jetzt wieder doof ne und jetzt baut da einer das ist krass oder also das funktioniert auch so nicht also geht das hier jetzt mit rüber gehen rüber laufen fahren egal wie überhaupt nicht aber da kriegen wir es hier drunter her das ist ja mal ein weg ne normale ebene hätte ich gerne hier angepackt geht oder dann hätte ich gerne hier runter macht er auch das schon mal sehr gut weil dann geht es auch hier drunter her das sieht doch super aus ne jetzt hapert es nur hier an ein stück dran dazu kommen ne ha hat geklappt äh f war kippen ne genau da stößt sich auch keiner in den kopf hier geht es auch drunter her hier ist ein bisschen steil ja aber er hat es gemacht ne das heißt die können auch lang gehen aber geht keiner lang erstmal dann war da kein bedarf wahrscheinlich ne mhm und wie war das mit hochsoomen ja ne ja nicht hochsoomen ja den winkel ändern ne sagen wir es so so jetzt hier bauen wir das auch nochmal haben wir da gehen wir da hin und gehen wir da hoch das ist soweit oh wenn das da geht dann kommen wir auch über die Straße wo müssen wir hin da in die Ecke so so und jetzt runter und jetzt geht es da nicht hin das ist schlecht ne ja ja was machen wir dann 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 drehen wir das ganze nochmal nach da gehen wieder eine Straße höher ja wenn der jetzt ein bisschen anders schwingen würde mal gerade ne dann wird das ja gehen ne das gefällt mir gar nicht äh können wir jetzt mal gerade den Weg auch gerade ziehen oder so jetzt nochmal auf ein neues wir gehen hier lang da lang da war gerade blau wo ist blau blau bitte melden geht nicht ja kann man gerade vergessen so und dann dahin da ist einmal blau da so so und jetzt hier runter das wäre richtig genial ne geht aber nicht da geht äh runter bitte will er nicht will er nicht shit ist dahinter noch ne Straße nicht wirklich kann man den auch hier oben anschließen jetzt mal gerade dieses hier das macht er dann leider nicht das macht er dann leider nicht man könnte ja auch eine Treppe machen ne aber das will er auch nicht dann ne also das heißt das letzte Stück können wir gerade auch wieder wegreißen kostet sowieso nur zu viel Geld geht da runter da geht es hin jetzt geht es so gerade werden wir geht das mit dem Tool und eine Kehrtwende kann er nicht dann hätten wir gerne das wieder das dahin einmal gedreht einmal geguckt jetzt wieder den so geht das dann dahin das ist die Frage läuft da einer lang hier ist grad frei oder was ne doch nicht da ist ein Park oder was da geht keiner lang oder einmal bitte so da läuft jemand oder da läuft jemand oder Fahrradfahrer und jetzt Speed und runter ne jetzt werden wir sehen ob der da irgendwo hin kann wo kommt er da kommt er und kann fährt durchs Haus egal super oder gebaut ist gebaut so jetzt haben wir das auch geschafft ein bisschen lang aber ist so weiß überhaupt nicht mehr wo wir waren diese Straße das gemacht haben ne hier waren wir nicht irgendeine andere Straße haben wir gebastelt keine ahnung wo da sind wir auch nicht unter und runter her wo sind wir denn unten runter her das ist ja jetzt gerade wieder verflixt sind wir von da gekommen kann das sein ja da haben wir den Weg drunter her gebaut haben dieser Straße den Weg sind dieser Straße den Weg gefolgt haben da wunderbar diese Brücke gebaut und hier ist nix ne haben wir dann gebaut da ok dann sind wir irgendwo abgewichen aber auf dieser Strecke sind ja schon ein paar schöne Sachen geworden hier könnte man auch irgendwas basteln käme man hier rüber nicht wirklich aber da haben wir auch schon da die Strecke dann wäre es direkt hier eher käme man hier durch das ist die Frage dahin das würde klappen jetzt die Frage ob der Bau da also das wird denke ich schon gehen ne so und jetzt hier rüber aber hier wird es ja auch hingehen oder ne da ist auch schon was bebaut so und jetzt hier runter geht das hier runter geht das so mal gerade drehen mal gerade gucken aber wir kommen direkt auf die Säule da raus super geklappt dann nehmen wir das letzte Stück gerade lieber weg und busteln das nochmal und geht das hier auf die Ecke geht das da durch da geht es bestimmt durch wieso geht denn der jetzt da so oh ich möchte nicht dass du da einrastest so ist doch gut oder und so ist auch gut ja ist denn da war schon was nein ne ne geht nur bis dahin ihr bitte ihr 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 ne macht er nicht gerade geht da was da wird er noch bis dahin gehen aber dann schließt da auch nicht an oder nein hat er auch nicht gemacht weiß man das letztere weg ja auch das und vielleicht auch noch das war dann vielleicht von da aus das wäre super oder was das jetzt hier war das weiß ich gar nicht es würde also gehen da so was zu bauen wie wir gerade gesehen haben wenn ich es machen will dann geht es natürlich nicht mehr geht so nicht gestaltet sich schwierig es nimmt da ein das ist mein problem kann man das einzelnen ausstellen kann man nicht sowas doof ist aber auch gerade wenn hier so will ich es haben und das geht nicht das ist voll komisch er geht immer auf die gestrichelte linie die ich gar nicht haben will was ist das jetzt hier für ein ding anhebungsschritt und das hier abklicken umschalten straßenlänge netzstraßenvorgaben alle ok wenn ich das so mache was passiert dann jetzt kann ich hier bis dahin den einbauen super oder so läuft's genau so wenn man weiß wie es geht geht's ne den bagger noch mal gerade her holt und das zu lang ich würde jetzt aber gerne das dann noch mal machen aber kürzer kann ich das auch kürzer abreißen brauchen wir es noch mal so nicht den bagger aus so ist schon schön oder zack ist angeschlossen ist angeschlossen ok die können da lang da lang und darunter hier vorne ist eine rampe oder was naja aber es ist erst mal da gut ja aber wenn ich jetzt mal woher gucke denke ich dass es schon wieder voll lang ist und wir hier natürlich nicht wissen ob das funktioniert oder nicht aber es ist ja da angeschlossen jetzt müsste man wissen ob da irgendwann mal einer vorbeifährt aber wir machen jetzt erst mal hier die pause ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal wieder mit dabei seid falls ihr noch kein abo ab macht eins falls euch die folge gefallen hat gebt einen daumen hoch und macht euch die glocke noch an dann kriegt er auch mit wenn ich die nächste folge hochlade und wie wir gerade hier sind da geht ein radler alles gut okay dann würde ich sagen bis zur nächsten folge oder wollen wir den gerade noch kommen das ist kein rad das ist ein fußgänger wollen wir den gerade noch mitnehmen den immer noch mit oder ich wollte ausmachen so jetzt 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 komm gib mir dein ding so er geht zur super apotheke die da irgendwo ist und läuft oder oberschüler in der oberschule ach der macht blau alles klar jetzt verstehe ich schon ja also ein paar medikamente holen oder schlecht machen und dann machen wir friday ist frei oder wie war das na nix future dann machen wir nicht krank sind wir ja da geht da durch also der ist vorne rein und geht jetzt hin und raus hat funktioniert ne alles klar dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten folge bis dann tschüss bis dann bis dann bis dann bis dann Vielen Dank.